heute im test von leslie feuerwerk der double bomber einer art knallkette mit crackling kugeln und farbigen stern sowie zwei herzen als finale das ganze eingestuft in die kategorie f2 mit bam f2 nummer und ce f2 nummer sowie beschreibungen niederländisch deutsch und angaben für den österreichischen markt die nic beziehungsweise nem beträgt ca 80,50 gramm die bam nummer lautet in dem fall bam f21211 produziert wird das ganze von der firma lyf definitiv ein hersteller den man schon des öfteren bei desti produkten gesehen hat das ganze gab es auch schon mal in der vereinfachten variante von veco als magic wie man sieht keine wirkliche knallkette sondern eher zwei strenge mit crackling kugeln und farbigen stern und als finale dann zwei große herzen viel spaß beim test halt mal fest was ist das jetzt knallkette mit sterne so drin jetzt Dabbelbomber, Leslie. Dabbelbomber, Leslie. Dabbelbomber, Leslie. Dabbelbomber, Leslie. Dabbelbomber, Leslie.